Ja, da sind wir wieder, ein neuer Part. Wir sind wieder bei Final Fantasy 13 2. Ich habe also mitten nach dem Kampf sozusagen Pause gemacht, damit ich kurz, also ich will auf jeden Fall die Projekte kürzer halten. Ich weiß ja noch nicht, wie das hier im Speichern läuft. Wow, fützt aber volle Kanne, ey, ich bin schon so aufgeregt. Das Spiel wird richtig hammermäßig. Du musst benutzen das Portal. Ihr Freund von Zeitgeist hat euch gesagt, wie es funktioniert hat. Das ist ein Gate? Aber warum meine ich? Denn du bist der einzige, der kann. Du hast den Vöid und hast ihn nach Valhalla gemacht. Du kannst du Sarah finden. Und zusammen du kannst du Zukunft ändern. Du kannst du Zukunft ändern? Ja. Ja. Geiles Gerät ey. Eine Armburs, die fetzt ja mal volle Kanne. Ich habe die Schriftgröße euch eingenehmt, ich finde sie ganz gut so. Ach nö. Der ist doch voll ein Rat ab. Ah, Odins zweite Form. Okay, ich habe hier schon mal geschlaft. Leute, ich habe hier echt was geboten. Wir sind auch in der Zeit und such Sarah. Wir sind auch in der Zeit und sie sind auch in der Zeit und sind auch in der Zeit wie sie alsgeist. Und wir brauchen auch in der Zeit und suchen Sarah. Also es wirft mehr Fragen auf, als beantwortet. Was natürlich der Spielverlauf, denke ich mal, uns irgendwie noch erklären wird. Ja, so sieht ein Ladebildschirm aus, ne? So um Final Fantasy, diese Uhr da, diese oder Kompass oder was auch immer. Spiel ist endgeil. Kapitel. Okay, erstes Kapitel. Wow, faszinierend. Sarah träumt gerade. Oh, schickes Unterwäschchen. Ach, die Haare immer noch geil. Und das ist ja mal echt episch, was jetzt gerade passiert. Was ist das so geil, ey? Seht euch diese Klamotten an. Das ist ja echter Burner, ey. Krass. Ach ja, schade, dass man im Spiel nur sowas erleben kann. In der Realität gibt's sowas ja leider nicht. Oder habt ihr's schon mal erlebt? Im Bett, wacht auf und plötzlich habt ihr was ganz anderes an. Höchstens wenn ihr vorher einen gesoffen habt. Das unterstütze ich nicht, ja? Kameraeinstellung, blaba, standa, blablabla, möchtest du die Kameraeinstellung? Nö. Bei der Kameraeinstellung, lasse ich mal alles auf Standard. überprüfe die kamera einstellung blablabla und der einstellung menü blablabla kann jederzeit kann man geändert werden benutze ich bewegen tür öffnen und aus dem schlafzimmer ich lese nicht so viel ich lese nicht so gerne weil ich aha so bewegt man sich also also ich finde die also sehr sexy ja ich bin aber nicht lesbisch ja aber ich stehe auf so was ist voll mein ding was träume von fernen welten und kleidung die aus dem nichts erscheinen was geschieht hier war das die zukunft versuchen träume ich etwa noch war das eine nachricht von lightning kommt jemand hierher jetzt habe ich ja die qual der wahl oder wie ob das jetzt irgendwie was mit dem spiel zu tun hat ich gehe einfach mal hier lightning ist fort aber das ist was dann ein traum zu bedeuten eine nachricht aus dem jenseits nein sie kann nicht tot sein stammt diese kleidung auch aus dem jenseits aha hier geht es also um menü karte und so und solch ok ok ich bin schlau ich weiß wie man springt ah ich bin ein känguru hopp 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 sarah hopp wie ein känguru durchs zimmer ach warte mal dann kann ich ja bestimmt hier drüber ja mann? ist ja ein ding Sehr nett. Und da draußen ist die Hölle ab. Da geht der Punk ab. Da wollen wir nochmal gleich mitmischen, oder? Ui. Ich werde blind. Oh Gott, was ist jetzt los? Hey. Was ist hier los? Wo ist die Siedlung? Alles sieht so fremd aus. Was ist das für ein Ort? Sind meine Erinnerungen eine Lüge? Bin ich gestorben? Träume ich noch immer? Bin ich in der Zukunft? Ja. Bin ich hier gelandet? Das scheint das Ende der Welt zu sein. Moment, vielleicht ist das die Zukunft. Ist das unser Schicksal? Aber warum? Genug. Ich will nach Hause. Oh, ich spreche jetzt mal zusammen. Oh. Den Kerl habe ich schon mal gesehen. Und die kenne ich da auch irgendwo her. Ui. Ich bin wieder zurück. Oh weia. Gedele. Der ist niedlich. Der erinnert mich irgendwie an Walker. Ui. Mann, Sarah, du sei doch nicht so weich, ey. Mann, die Autor. Mann, du stehst. Mann? Mann? Mann. Mann? 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 Oh, der Held der Stunde. Ja, irgendwie so ein Aladin-Verschnitt, eine Mischung aus Aladins, dann diesen Typen aus Final Fantasy VIII und eine Mischung mit Titus, irgendwie so. Okay, jetzt kann ich erstmal hier mit dem Campen ein bisschen selbst variieren. Oh, nur drei Sterne. Okay, war ich aber nicht so toll. Ah, der Bildschirm. Versiege alle Gegner. Na, das ist doch mal eine Ansage. Paradigmenwechsel-Tortorium. Ja, kann man sich ja mal antun. Ja, da muss ich dann L1 drücken. Ich bin übrigens die Playstation-3-Version. Für die, die es lesen wollen, ich habe es mal ein bisschen länger im Bild gelassen. Die Paradigmen ist eine Zusammenfassung aus unterschiedlichen oder gleichen Rollen, die die Kampfverhalten der einzelnen Gefährten bestimmen. Das aktuelle Paradigma heißt Doppelkampf und besteht aus zwei Brecher-Rollen, die unabhängig voneinander agieren und, naja. So, jetzt habe ich mal auf Fahera gewechselt. Also Brecher und Verheerer, ja. Okay, das ist jetzt hier das mit dem Schockzustand. Ähm, da ich allerdings schon ein Teil gespielt habe, Lassen wir das mal mit dem Lesen und so. Also, wenn man einen Gegner mit Fahera zum Beispiel ordentlich in die Höhe getrieben hat und die Leiste oben rechts, wo 210 Prozent steht, wenn die Leiste oben da voll ist, dann kann man einen richtig großen Schaden bei dem Monster anrichten. Was es leichter macht, ist zu besiegen. Hier seht ihr, dass unter der grünen Leiste des Gegners, wenn man ihn trifft da, der ist, ähm... Ja, hau doch mal drauf da. Okay, zweiter Käfer auch erledigt. Ja, da sind ja noch so kleine Käfer. Immer fester auf die Presse, hehehe. So, den da auch noch. So. Hm, die werden immer optimal Paradigmen benutzen. Weiterverlauf im Spiel wäre... ja. Also es wird im späteren Verlauf doch interessant, Paradigmenwechsel während des Kampfes vorzunehmen. je nach Situation. Kennt man halt aus dem Vorgänger Teil 13. So. Wo müssen wir denn jetzt, äh... Äh... Ich wäre fast getroffen. So. Ach, da ist ein Käfer. Nette Actioncam gewesen, von diesem Mond da auf die Monster herunter. Ich bin ja auch sehr grafikgeil, muss ich sagen. Ich, ähm... Ich sitze ja bei Spielen oft, äh, darauf, dass mich das grafisch anspricht. Und hier kann ich das nur... sehr... befürworten. Also es gefällt mir. Ziemlich gut sogar. Die Waffen sind geil. Die Klamotten... Besonders hier Sarah hat, fetzt mal volle Kanne. Und wieder nur drei Sterne. Aber ich spiel schon auf einfach. So. Haben wir hier noch irgendwo was zu bekämpfen? Ja, halten wir dann aber mal. Wer hat denn das? Tita hat hier nochmal Platz für ein paar Käfer im Jenseit. Okay. Unser ATB-Leiste beträgt momentan noch drei. Ich will mal hoffen, dass das wie im Vorgänger ist, dass man das dann noch steigern kann. So. Was machen wir? Doppelkampf. Ach nee. Das war jetzt... Sind ja beide Verteidiger. So. So. Wir holen mal ein paar Paradigmen hier aus. Äh. Brecher und Verteidiger. Naja. War auch nicht so doll. Hehe. Ja, das sind die ersten Kämpfe. Da muss man sich erst ein bisschen einpuxen. Später sieht das dann bestimmt nicht mehr so... Äh. Neppi da aus. Ähm. Genau. Von der Grafik bin ich total hingerissen, Leute. Also das ist echt... So. Gut. Ich meine, klar, man hat nicht unbedingt Zeit, sich jetzt die Umgebung etwas genauer anzuschauen, weil man hier jetzt nicht auf den Kampf konzentrieren muss. Ist ja Aktiv-Time, ne? Ähm. Wenn ich jetzt pausiere oder so, dann passiert da bei den Gegnern trotzdem weitere Ansätze. So. Den hätten wir auch erledigt. Warum kriege ich hier immer nur drei Sterne? Bin ich so schlecht? Oh, da sieht es aber höchst aus. Hey Sarah! Sind Sie okay? Ja. Becky! Ja. Ich muss gehen. Okay. Hm, hm hm. Du bist okay. Sie hat einen Hügel genommen, aber sie wird einfach nicht verletzen. Danke. Danke. Wer bist du? Nein. Nein, Christ. Okay. Und bevor ich es vergessen habe. Es war nicht nur ich. Du solltest wahrscheinlich diesen kleinen Mann auch bedanken. Also, ist sein Zepter da? Ja, der Zepter finde ich ein bisschen ulkig. Passt ja auch nicht dazu. Boah, ihre Haare sind so geil. Die Fetzen richtig. Ja, siehst du? Ja. Und dann können wir das nicht verletzen. Ja, das ist egal. Das ist gefährlich. Ja, das ist's. Ja, nein. Kupu? Ahhh, du bist so geil. Kupo? Ja. Kupo? Danke. Puh? Ja. Leitnig ist lebendig. Sie ist in einem Ort, in der Valhalla. Ich habe nur noch kennengelernt, aber ich glaube ihn. Ich glaube alle Worte, die er gesagt hat. Obwohl es nicht möglich sein kann. Es scheint, dass es nur gestern war. Der Schreie auf Leitnig, wenn sie ihr gebeten für Snow und mir, um zu heiraten. Aber ich bin nur derjenige, der immer wieder erinnert. Niemand glaubt. Es ist nur ein Traum, sie sagen. Von dem ich in der Crystal. Eine Illusion. Sie sagen, meine Freundin ist weg. Aber drei Jahre später hat sie sich verletzt, um zu verletzten Gakun. Ja, ich würde mal sagen, wird wieder Zeit so langsam, den Part zu beenden. Im nächsten Part werden wir sicherlich dann irgendwie den Meteoriten aufsuchen. Und... Bis dahin sage ich Tschüss, eure Chita Kenshi. Tschüss.